Tag Nummer 5. Neuer Tag. Neue Geheimnisse. Was für spontan spannende Dinge werden wir heute finden. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Wir müssen gucken, was wir jetzt hier noch machen können. Wo ist Charlie? Gute Frage. Das Ding ist, haben wir jetzt ernsthaft keine gelben Pikmin mehr? Das wäre halt echt witzig eigentlich. Ah, okay. Er spendet uns ein. Das Spiel ist halt echt für dumme Leute gemacht, Mann. Ups. No hate, please. Warte. Wir müssen erst mal ein paar gelbe wiederholen. Reservekeim. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Sehe ich da? Bro, ich auch nicht. Weil mir das noch nie passiert ist, dass ich einfach alle Pikmin verloren habe. Das ist halt... Es gibt ein erstes Mal für alles. So. Könnte die hier noch anfangen zu blühen? Das wäre cool. Aber macht sie nicht, weil sie scheiße ist und einfach alle hasst. So, 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 so. Wer muss noch mit dem Dude hier... Crazy. Nehmen sie ihn direkt mit? Aber warte, ich glaube, wenn es... Überwiegend gelbe sind, werden die trotzdem gelb. Und ich muss nur die paar ausliefern, um... Und so. You know? Sie helfen einfach nur beim Tragen. Äh, das wird gefährlich, glaube ich. Ah, guck doch mal. Die Population der gelben Pikmin nimmt leider... Äh, leider. Nimmt leider wieder zu. Wie furchtbar. Äh, warte. Ich muss auf den Knopf drücken und dann den ja machen. So. Das war schon mal ziemlich nice. Das war schon mal ziemlich nice. Wer hat gelb, wer hat gelb, wer hat gelb? Sehr gut. Ah, perfekt. Ah, verdammt. Ist auch egal. Kommt halt nur eine raus, nicht zwei. Flopp, flopp. Flopp, flopp. Megagut. So. Äh, hier haben wir nix. Hier haben wir nur zwölf. Einfach 127, Alter. Ah, wir müssen ganz schnell ganz viele andere Pikmin noch machen. Das war halt eine richtig fantastische Idee, was ich da gemacht habe. So. Ähm. Wo gab's denn noch mega viel Stuff, den wir machen mussten? War nicht hier irgendwie super der Alarm? Das war, glaube ich, egal, oder? Ne, war nicht egal. Da oben ist nämlich so ein Ding. Ich weiß, dass man irgendwie auch den A-Knopf gedrückt halten konnte und dann haben sie einfach ganz viele auf einmal geworfen. Ich weiß noch nicht mehr, wie das ging. Halt auch geil, wie sich dieses, dieses, ähm, Ziel-Ding einfach von selber Schenina links bewegt, man. Anstatt, dass es einfach still steht und nichts tut. So, Freunde. Ich glaube, wir mussten hier hoch. Hm. Das war's auf jeden Fall nicht. Ja, genau. So, so, das meinte ich. So, ich glaube, wir sind genug. Mega, die... Gott, Alter. So. Oh mein Gott. So. Jetzt aber. Rüber hier. Alle einsammeln. Und dann... Einmal nach da. Aha! Okay, das müssen wir tatsächlich machen. Voll die gute Idee. Ach, die Pikmin kommen auch den Geysir hoch. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, die bleiben einfach unten, weil sie dumm sind. Ehrlich gesagt. Hier mal rein. Gucken wir mal, was uns hier drin erwartet. Oh, ganz viel, ganz viel, ganz viel guter Stuff. Einfach nur. Ganz viel guter Stuff. Holy shit. Okay. 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 Oh, das war nicht der Plan. Ach, Mann. Halt wirklich. Muss ich euch alles sagen? Hä, was ist hier los? Bro, komm schon. Okay, sehr gut. Insane einfach. So, jetzt haben wir wieder so eine geile Blume, wo ich einfach einen Haufen Rote jetzt reinschmeißen kann. Um die einfach mal ein bisschen zu gelben konvert... Zu kon... Um die einfach mal zu gelben zu konvertieren. Reden ist schwierig heute. Ich glaube es nicht. Hey, Soku. Was geht ab? Okay, was ist das hier? Hm. Oh Gott, ist das kompliziert, Alter. Zehn Stück? Das kriegen wir hin. Ist das nicht irgendwie ein bisschen... kontraproduktiv, wenn du so Blumen hast, die im Helm nur blühen, in der Höhle? Jetzt mal so richtig dumm gefragt. Hey, Sarah. Was geht ab? Das hat nicht so gut geklappt. Ah, sehr gut. So. Warte. Okay, perfekt. Dann tragen die jetzt die Geschichte erfolgreich rüber. Ich checke gerade nochmal, ob ich irgendwas hier drin vergessen habe. Aber ich glaube nicht, oder? Ja. 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 Die können da jetzt auf jeden Fall stuff rüber tragen. Alles easy, alles gechillt. Gehen wir nochmal hier rein, weil hier war ja auch noch irgendwas. Ah, genau. Hier war nämlich das hier. Was auch immer das bedeutet. Oh, fuck. Okay. Das ist ziemlich gut. Na, bitte. Guck mal. Läuft doch. Werfe ich gerade mal hier alles rüber? und dich auch? Und dann gehen wir hier gerade nochmal und gucken, was hier hinten abgeht. Okay, vielleicht machen wir das doch nicht. Auf jeden Fall ist hier ein gutes... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Gott. Ah. No. Oh, Gott. No. Oh, Gott. Ah. Verdammt. So viel zum Thema hier ist voll. Hier ist voll die gute Idee. Lass das einfach mal nicht machen. Ah, shit, so. Tja, und wieder eine Milliarde Pikmin verloren. I can't believe my Pikmin are fucking dead again. Ach. Kann ich... Oh. Okay, das ist interessant. Oh, shit, er lebt wieder. Ah, sie sind schneller als er. Das ist alles gut. Bro. So. Objekt geborgen. Was habe ich denn gefunden? Ach so, so ein Ding. Ultramotivierbeere. Das klingt... Das klingt nach was, was ich definitiv gebrauchen könnte. Aufgrund ihrer extrem schärfe für Mitglieder des Forscherteams nicht genießbar. Oh. Genießbar? Huh? Huh. Ha, na bitte. So, okay. Das sieht auf jeden Fall schon mal so weit ganz gut aus. Kann ich euch jetzt noch da oben dran werfen und dann kriegen wir nochmal neue? Hm. Schauen wir mal. Dafür scheint da oben auch noch eine Erdbeere zu sein, wo ich aber nicht... Oh, okay. Komme ich hier auch hoch? Nö. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Der werde ich auch noch irgendwie hochkommen müssen. Könnte ich einfach nicht? Halt. Lass mal chillen so. Lass mal chillen. Lass gerade mal dahin gehen, wo diese ultranervigen Pfeile wollen, dass ich hingehe. Lass gerade mal dahin gehen, wo diese ultranervigen Pfeile wollen, dass ich hingehe. Ah, okay. Ich soll nach hier. Und da komme ich nicht rein, weil mir fehlen die Steinpigmen. Aber das ist okay. Ich warte einfach hier und gehe gerade mal zu Alf rüber. Und schaue mal, ob ich mit ihm irgendwas reißen kann. Okay, mit ihm bin ich halt auch einfach hier. Gut. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig. Ich glaube, der Tag ist vorbei, bevor hier irgendwas bombastisches noch passieren kann. Hm. Checkt mir mal, was die Party da hinten gerade so macht. Und rushen zusammen. Nach dem Ziel. Macht das Sinn. Hey, Doktoren. Was geht ab? Habe ich sie jetzt eingesammelt? Müsste sie nicht irgendwo stehen? Ach, genau da. Wollte ich schon sagen. Eigentlich müsste ja hier alles cool sein. Aber irgendwie war das gerade nicht so der Fall. So, den einen können wir auf jeden Fall entbehren. Huh, warte. Der hier muss auch noch sein. Sehr gut. Auch wenn ihr super süchtig danach seid, Shit kaputt zu machen. Lass mal, lass mal gerade nicht. Bitte. Warte. So. Äh. Okay, sehr gut. Alles ist gestorben. So, wie es sich gehört. Wenn hier nicht einfach... Weißt du? Einfach nur, dass so ein paar scheiß Blätter so einen Stress machen. Was killt mich jetzt hier, wenn ich hier rüber laufe? Ach, irgendjemand war schon hier. Okay. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie die Nachricht, dass ich da auch sterbe instant. Uh, das kommt mir bekannt vor. Hier sind wir am Anfang lang gelaufen, oder? Ah, das sagt mir doch was. Ui, 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 ui. Kämpfen da hinten welche? Why, Alter? Oder? Ne, das sind die nicht. Hm. Auf jeden Fall, hier ist nicht das, wo wir sein wollen gerade. Jetzt darf ich die sieben Pikmin finden, die einfach irgendwo hin abgehauen sind, um einfach super viel Stress zu machen. Diese blöden Bratzen, Alter. Ich glaube es nicht, dass ich solche solche nicht gehorsamen Dudes bei mir in der Gruppe habe. Finde ich nicht in Ordnung. Okay, hier sind die irgendwo. Zumindest einer. Nein, hier. Guck. Voll viele sind hier. Warum sind die denn alle hier? Was macht die alle hier unten? Wir müssen es schaffen, rechtzeitig zurückzukommen, kann ich ja nochmal den Alarm irgendwie raushauen. Und dann können wir gucken, dass hier noch irgendwie die restlichen paar Pikmin zurückkommen. Ah, da sind sie ja. Perfekt. Was auch immer das hier gerade für eine wackere Aktion war, dass die irgendwie hier hinten rumstanden. We did it. Okay, wir haben es geschafft. Alles ist gut. Da vorne ist noch irgendwas. Aber da kommen wir später hin. Hoffe ich. Irgendwann. Sieht auf jeden Fall gut aus soweit. Sieht auf jeden Fall gut aus. Perfekt. Dieses Mal gab es einfach keine Genozide, was Pikmin angeht. Das macht mich fast ein bisschen glücklich eigentlich. Keine Rebellion dieses Mal. Schade. Sehe ich da. Bro. Besser ist. Vero, danke für deinen Sub. Gibt es eigentlich Unterschiede zum Wii U Titel? Sehe ich da. Es gibt neuen Schwierigkeitsgrad und ich glaube, es gibt so so kleine neue Content Episoden. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Was ist eigentlich was ist neu an dem Titel? New Side Stories und 36 Missionen. Und der ganze DLC ist da mit drin, der für die Wii U Version rauskam. Wie lang geht das Game eigentlich sehe ich da? Ich glaube, es ist gar nicht so lang eigentlich. Ich glaube, du brauchst so im Schnitt 30 Tage, bis du das Ding im regulären Schwierigkeitsgrad durch hast. Und wir sind halt jetzt bei Tag 5 oder so nach einer Stunde daher. So lang ist das tatsächlich gar nicht. Lecker Saft sehe ich da. Ey, ich bin voll der Fan von Fruchtsaft. Fruchtsaft ist halt mega gut. Kann ich nur empfehlen. Trinkt mehr O-Saft. Easy. So, ich würde sagen, einen Tag machen wir noch und dann sind wir erstmal fertig. Wann sind... Achso, ja. Natürlich sind welche von mir gestorben. Ich bin ja dumm. Kann ja nicht sein, dass irgendwer bei mir nicht drauf geht. Käpt'n, ich frage mich, wo sie wohl gerade sind und was sie gerade tun. Jetzt wird mir bewusst, wie sehr ich an ihnen hänge und welches Privileg es war, einen Käpt'n wie sie zu haben. Wir werden die Erinnerung an sie und ihre Taten immer im Gedächtnis behalten. Was wir zusammen taten in der einen Nacht, werde ich nie vergessen. Ach, Käpt'n Charlie, was schreibe ich da eigentlich? Tschüss.